Ich blabberig. Ah, okay. Mhm. Hier wollen Leute gefeuert hat. Okay. Okay, dann würde ich sagen, let's go, äh, let's go to the mall. Danke fürs Gesundheit, Freunde. Haben wir denn hier aktuell für eine Mission ausgewählt? Oh? Oh, ich bin nicht. So, vier Dinge zetten wir. Jetzt haben wir hier nette zu skillen. Sitzen wir schon. Und das wäre next. So. Dann tun wir mal das Blitzgewirr, oder? Nicht, weil die Pistole ganz sinnvoll. Schalldämpfer. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so leisten soll. Keine Sorge, wir haben alles unter Kontrolle Okay, Jan, wo bist du? Hier oben Wo haben wir da ne Aufgabe? Ah Okay, und das wird aufpassen, dafür müssen wir jetzt zurück zum Metro Bringen wir hin Gummeln Sie an Okay, das sind Sie auf jeden Fall besser als die Waschie-Pistole Schalldämpfer Nimm mal an Wie? Ehe gedrückt Leute, steht da nicht irgendwie Anfrage annehmen? Nee Da musst du erst herkommen Dann bin ich noch mal geupgradet Oh Ich hab sogar jetzt ne Taschenlampe-Anleger-Waffe dran Äh, wohin willst du? Äh, zur nächsten Aufgabe Nimm aber irgendeine Nur nicht die Brüder Bestimmt da außen passen wär nice Da steht irgendwas alles mit Brüder Da steht irgendwas alles mit Brüder Nimm mal an Jetzt Du bist wieder rausgegangen Ach, ich muss raus Okay, das muss ich nehmen Eieiei Jetzt musst du annehmen Ja Er Ach Ach Oder verschwunden Es ist wirklich sehr, sehr, sehr Trist Hier ist die Kamera Hallo Hallo Mal sehen, ob wir diesen Außenposten finden Alles klar Pariser Bezirken Die Bezirken von Neu-Paris bieten viele Aktivitäten und Entdeckungsmöglichkeiten Die Präsenz von Regimetrupps ist durchgehend hoch und jeder Bezirk grenzt an einen schwer bewachten Eingang eines der Brüder Um die drei Brüder zu gelangen, muss man sich zutritt zu ihrem Eingang verschaffen Ja blablabla Hatten wir grad schon das Thema Mann, das sieht ja aus wie bei mir zuhause Äh, Jan? Ja? Sind wir hier mit auf Bahn? Aber hier leben Oh, haben wir am Maxi Er ist schon nice, so wär die nichts einzuwenden ging Oh, wie das sind viele Ich hasse es hier zu arbeiten Alle hier sind so fliedende Katerne Wieso erschießen wir die nicht alle? Ich hab da drüben ein Ziel markiert Ich hab da drüben ein Ziel markiert Die Bürger müssen wissen, dass Abweichler nicht geduldet werden Aber das ganze darf auch nicht zu brutal sein Ja, das kriegt auch gar nicht Was machst du da? Ich hab die Drohne wegzuballern Das funktioniert ja nicht so Mit dem Moped hier zu fahren wäre er über Priebens Prämium Ja, dann schaffst du es nicht den Alarm auszulösen? Das ist nicht den Alarm auszulösen Ich hab den hier gebrochen Ich hab den hier gebrochen Ich hab den hier gebrochen Du! Keine Bewegung! Du! 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 Jetzt hast du den neuen Alarm ausgelöst, Jan. Äh, Jan? Ja? Der hat ein bisschen ausgehalten, als ich dachte und hat ein Mg dabei. Steht direkt vor mir. Ja, ich bin auch down. Oh, okay, ich blute aus. Ja, bald. Ja. Ich bin wieder down. Bist du down? Kannst du mich holen, Jan? Der hat das nächste Mal ein Leben. Wir haben nur noch ein Leben, sonst. Ich schieße einmal auf ihn. Nice, 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 nice. Okay, also wir müssen auf jeden Fall anmerken, wenn wir einmal Daumenwahn in Deckung gehen und erstmal regenerieren. Oh, geht gar nicht, sehe ich gerade. Ich habe auch irgendwas zum Einsammeln. Oder brennt hier alles einfach nur. Was ich nicht so ganz mag. Was ich nicht so ganz mag, ist dieses extreme Gewackel, wenn du rennst. Oh, Jan. Party time. Okay. Ihre Anfrage wurde abgelehnt, Kommandant. Keine Verstärkung verfügbar. Und steht jetzt weiter oben. Kommt man da nicht rein? Wo? Unter uns? Ja. Von vorne? Gab's noch was drin? Ja, ne? Gab's da irgendwas? Die sind auf der Map, ich bin blau. Oh mein Gott. Und Leute, mit T die Fähigkeit, kannst du wohl was auswählen. Ich hab jetzt grad zum Beispiel Rüstung mir voll heilen können damit. Ich dachte, das wäre einfach nur eine Geste a la, yo, guck mal, ich bin cool, aber damit heizt, kannst du ja irgendeine Fähigkeit haben. Wusste ich gar nicht. Ich will da nicht hoch, ich will hier hoch. Okay, hier haben wir alles. Hier genommen die Kohle. Das ist der Brüder-Eingang? Ja, nee, wir müssen so gelangen, warte mal. Kommt man hier hinter uns. Weil wir hier erstmal, oder? Halt mal links gedrückt, Jan. Drück mal A und D. Hier ist wieder dein Leben, Jan. Ja, ja, ich bin hier grad noch im Lupen. Und hier oben warst du bestimmt auch noch nicht. Ja, da kommen wir gleich wieder hin, Jan. Ein Dank so, Bruder, zweifst du. Oh, Bruder. Jan? Ja? I have a huge problem hier. Ah, ich komme. I need your assistance. Hier, einmal einsammeln. Lastra, Liebe geht auch raus an dich, Mann. Danke dir für 14 fucking Monate. Danke für den 14 Reserv. Oh Gott. Und sich Bayern, dann kommen wir mit. Gehst du ihn? Dann möchte ich mir an ihn nicht anlegen. Der ist level Totenkopf. Ja, aber die beide mit den überkrankten Waffen jetzt so? Ja, der macht uns one hit. Wir machen keinen Schaden. Ja, doch, der ist level... Ich guck zu, gerne. Mach ihm ein Damage. Ein Damage? Ja, los. Glauben wir den Panzer, wenn wir den Easy kriegen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was steht denn vor deinem Namen? Also, wenn du in die Maus drüber gehst, musst du da ja stehen, wie viel du hast insgesamt. Passt auf. Wir haben von mehreren Quellen verstörende Berichte erhalten. Das Regime tötet in eurer Nähe scheinbar wahllos Zivilisten. Rettet so viele wie möglich. Okay? I see, I see. Ich muss sagen, die Bewegungen, die so extrem schnell sind, ich geh mir übelnd auf die Augen. Ja. Ja. Wurzeln gerade hat der Wurf gemacht. Gute Nacht, Fabi. Schön, dass du da was machen. Gute Nacht. Ich hab mich so erschrocken gerade, da, Alter. Ich hab mir einfach umgerannt. Ihr liegt ein Gehirn, Jan. Da hast du wenigstens mal eins. Hey. Hey. Hey, ich lexle die Position. Ist ja schön, dass du die Position wechselst. Ich bin down. Oh, lol. War richtig brain-afgai gerade. Du da außen, helf mir. Direkt vor mir steht einer. Ja. Nee, ich werde die Position. das ist nicht ganz verstanden wie das mit dem am rampen funktioniert der außenposten des widerstands in arial 4 politische gefangene wurde angegriffen ein paar sind die anderen weg sie wurden wahrscheinlich ins verhörzentrum der regie polizei nach klein berlin gebracht ihr solltet dort mal nachsehen er war alles mitnehmen die treppe hochgestampft wir sind gar nicht fertig und das ist unser ziel das gebiet wieder zu verlassen ok wir sollen wieder raus ok ich suche das verhörzentrum und rettung von zivilisten würde ich sagen machen wir eben dass wir das ja direkt hier vorne vielen vielen dank für den follow warten auf code abfrage ja noch mal da ich mal hier ja 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 muss gedrückt halten was enter achso was lang was du musst du das erinnert mich hier an an battle of angels kennst du den film greifen so aliens an und die sind halt das sind so mega op aliens die machen einmal die gucken die an die machen die auch so warte die gucken die an und dann kommt eine sekunde hörst du das hier und dann bist du schon tot ist schon instant weg blättert aller der war richtig geiler film also ich glaube es war der korrigieren mich freuen wenn ich gerade falsch gegen und es ist ein anderer film war und wenn das endet war ja auch dieser alien film der war mega geil gemacht er hat zivilisten kann auch sein dass das im brüder turm ist oder sind einfach nur falsch gelaufen und falsch gelaufen hier haben wir müssen uns zahlen und hier das gebiet durch wo sich vor sich getan und durch tan und durch tan und durch das ist hier nur die tür rein aber gerettet mag nicht was ich da draußen hören ist das denn schön ist und bringt es was ist das denn ich habe mir einfach raus und ich war und let's go bruder bei aber great time war schön aber es sei jetzt zu gehen okay so eine aufgabe hier suche das feuerzentrum denn immer an also hier wieder durch war für nicht die gegner sind alle respawn immer noch nicht den 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 ablauf des spiels so ganz verstanden hätte ich ein komplettes obwohl ein bisschen sinnvoller gefunden muss ich sagen nicht mal den wischen war ja obwohl das ist ja eher ja hast ein kleines level relativ alles ein bisschen eng und teleportiert sich anna b hier war noch was kann ich jetzt freischalten jetzt wenig punkte das kanal und nahkampf waffen mit extremer wucht das gegner bei einem treffer umgeworfen werden und zusätzlich schade leichten was gegner die attacke überlegt wird eventuell umgeworfen und taumelt nämlich mit so waffen ist auch noch im griff will ein krasses skin das blitzgewehr sein was wir noch nicht voll ausgerüstet haben nade das ist geileres magazin wären lauf merken wir nicht mitnehmen soja bist du ready und dann was zum entdecken und wir brechen auch einmal tarn ich hab die drohnen vergessen alle abgeliebt kommandant es ist keine soldaten Wir hatten da einfach ein Problem. Wir haben hier geschätzt. Jagt, wir nachschießen! Der Hammerjack! Sogenjagt! Ja! Der Hammer ist hier unten drin! Okay. Oh, warte! Da hinten ist der Fallgeflüchtling im Molding. Auto mit Lupe. Ja, ja. Hör zu Mädels! Eine sehr wichtige Zielperson hat ein Auto ganz in eurer Nähe geparkt. Ach, lol! Oh Lord, bis du läuft! Ups! Okay, warum haben wir eben die Person nicht gekriegt? Wir haben alles unter Kontrollen! Ich wechsle die Position! Sammfassung des Verhörs 12-10! Oh, lol! Ja, man kann hier nicht so gut rumlaufen. Die Waffen sind über drei Teile weg die gleichen geblieben. Na gut, sind wenigstens dem Ganzen treu geblieben, wa? Ja, wir haben die Kurssegelung. Oh, lol! Oh, lol! Ich bin! Wieder da! Oh! 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 Oh, oh! 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 Bordi ich habe einen anderen Moment, ändere Position Hey komm schon, hör auf mir die Sicht zu versperren Ich bin down, Jan Hier unten steht Schürze Ich habe ihn nicht gesehen Oh nu Du bist auch wieder zurück, oder wat? Ja, ich habe die auch geblieben Ich habe mir ja schon passiert Ich dachte, da passiert was Und dann, wo wirst du denn? Ja Da geht's rein! Gehst du da hochgekommen? Über den Bus kam ich auf jeden Fall schon mal nicht rein Oh, guck bitte oben Na, da sieht man eine an Ja Okay, noch Statt Tetris heißt es Siegelturm Series Froschpatsch Seriously? Froschpatsch? Froschpatsch Der kam mit auf die Idee der Froschpatsch und dann Diges, diges, diges auf Gibt es eigentlich noch irgendwas verbessern? Und habe ich gerät? Okay, Freunde, pass auf! Wir kommen langsam zum Schluss Weil ich gerade übelst im Arsch bin Boah! Jan, wie geht es dir? Wie hast du die Nacht überstanden hier im, äh In der U-Bahn? Oh, wie normal zu Hause Alles Warte mal, wir haben ja noch eine Mission Oder wird mir hier angezeigt? Oh, das ist schon wieder so ein Diesel-Typ Boah, das habe ich gerade übelst abgefuckt, dass ich dem kein Headshot geben konnte, ne? Ja, okay, let's go, komm, wir vermissen uns Wir müssen doch hier weg Okay Nimmst du an? Jo Ach, Reisen mit Gegnern, ne? Nicht möglich Hast du gut gemacht Ey, ich habe das Gefühl, dass die Waffen null Reichweite haben Oh, das ist ein Laser-Typ! Kannst du doch mal versuchen zu, zu torten? Oh, wo kommt der denn, der Bruder? Sind die Gegner schwerer geworden? Warte, ich komm Verdammt Ey, Chris, das ist kein Modern Warfare Remastered Das ist ein ganz normaler neuer Teil von Modern Warfare Das ist ja, äh, äh, ja, ne, wir haben ein wirkliches Problem Ich kriege die Gegner nicht kaputt Warum sind die nicht so stark geworden? Das ist die gleich einfach die falsche Waffe? Ne! Ich habe gefühlt null Schaden gegen die gemacht Ja! Schwerer Gegner, schwere Munition Warte mal, hier haben wir eine Mission Warte mal, hier haben wir eine Mission Warte mal Oder auch nicht Das war einfach nur der Kommandant, wenn wir hier aus, äh, schalten sollten Okay. Dann gehen wir mal zurück. Dann port uns mal, Jan. Wo denn wollen wir denn? Ja, zu dem... Da, wo die Quest ist. Nicht die Bruder-Quest, sondern dann wird eine andere angezeigt. Schalte, da kommt man dann Bayer aus. Verstummte Außenposten. Ich weiß nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das neue Call of Duty. Jan, du klickst auf Siegesboulevard. Da, wo das Türchen ist. Dann klickst du auf Verstummte Außenposten. Und dann... Easy. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Das ist ein Level 20, wenn es... Das ist ein riesiges Boulevard, der von General Lothar Brandt aus Hämel so benannt wurde, nachdem er vor vier Jahren an dieser Stelle einen Aufstand niederschlug. Von damals hat Jacques seine Narben und viele tapfere Widerstandskämpfer verloren ihr Leben. Jetzt ist der Boulevard ein kalter, toter Ort aus Stahl und Beton. Also, viel Glück, Mädels. Okay, neues Gebiet. So, komm, du den... Geteilt. Warte, 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 warte. Ist da jemand? Oh, ich bin mir was. Die sehen wir uns aber gerade nicht. Alter, was ist das denn hier oben? Hier in diese Kiste. Okay, hier rechts geht auch lang. Oh, hier sind kommen dann wahrscheinlich. Oh, fuck. Hier ist kein Kommandant. Okay, hier geht's mit, Jan. Hier geht's mit. Munition. Keine Diskette verfügbar. Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass ich halt keine... Weißt du, ich hab extra Schaltungen für meine Pistole ausgerüstet. Das bringt halt nichts. Ich kann nie irgendwie One-Shot mit einem Headshot irgendwie Gegner ausschalten. Funktioniert halt nicht. Das finde ich ein bisschen kacke. Ein bisschen sehr kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Gute Nacht. Oh, hier ist ein Kommandant. Kriegst du den? Oh. Oh, wie der ist denn raus? Da ist er umgefallen. Einfach so. Ah, tut mir leid. Tut's mir nicht. Was ist das für meinst? Also ich würde heute Nacht nicht gut schlafen können, weil warm. Warum, weil du ein schlechtes Gewissen jetzt hast? Nee, hab ich nicht. Achtung, kein Ausgang. Jetzt kein Ausgang. Das ist dann ein Eingang. Boah. So, ich würde ja. Hier kommen wir sogar rein, lol. Ja, geh mal her, das Leben. Okay, bevor wir jetzt hier hinten hingehen, würde ich sagen, gucken wir uns einmal nochmal das andere Gebiet an, wo wir gerade noch nicht waren. Ah, nee, da kommen wir auch hin, von da. Müssen wir nur links abbiegen. Ich glaube, hier ist der Brudereingang. Ja, hier ist der Brudereingang, hier kommen wir gar nicht rein. Müssen mehr auf die Drohnen aufpassen. Oh, lol. Hier ist ein neuer Metro. Okay, nevermind. Man ist hier ja gar nicht. Alle mitgenommen. Kurz gesagt, weil die Fieber ist ja Axel Vosk besiegen. Ja, okay, das ist ja... Kriegen wir, glaube ich, hin. Jan, ich gehe zurück. Wir haben jetzt, äh, das... Andere Weg zu Risiko. Ich bin hier noch in einem Haus. Oh. Da ist der Vernehmungsoffizier. Schnappen wir ihn. Sie darf nicht. Dieser Bastard kann keinem mehr was tun. Ich habe ihn getötet, Jan. Weißt du, hast du ihn nicht? Ich habe ihn... Jan, warum? Der Stand um der Ecke. Jetzt soll ich kommen und nicht retten? Es hat einen Schuss gebraucht durch Tofa. Ich glaube, das schaffst du nicht. Ja, da, wo du bist, komme ich auch nicht hin. Ja, ich muss gar nicht so zulatschen. Bis dann bin ich nicht da. Rush einfach raus. Kacke, kacke. Loll. Was hast du für ein random Kack? Ich sterbe gerade auch. Jan, du darfst es nicht... Danach nicht sterben. Wollte du gerade irgendwas random einfach umgebracht? Also, klar, der Zaun, aber so viel Damage? Rush da raus, Jan. Warum machst du den nicht einfach unsichtbar? Habe ich gemacht. Aber wenn ich denn an dem vorbei wasche, hören die mal was? Und wir brauchen einen Schuss. Sind die hier richtig? Ja, klar. Wechsel jetzt die Position. Aus dem Weg. Du stehst dem Weg. Jan, lauf, 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 lauf. Ja, aber ich habe gesagt, komm mit. Was hast du gemacht? Ich war schon lange weg. Ich habe gesagt, Jan, hier sind Totenkopfgegner, wir kommen nicht durch. Das hast du so nicht gesagt. Das habe ich... Freunde? Hat habe ich gesagt? Das hast du so nicht gesagt. Du hast vielleicht gesagt, es ist keine gute Idee, es da lang zu laufen, aber du hast nicht gesagt, dass da Totenkopfgegner sind. Jetzt ist die Frage, wort ihr alles gesettet? Der Gegner da oben. Ja, haben wir jetzt noch alles oder wort alles... Oh, lol, wo geht sie hier hin? Oh, lol. Was ist da unten? Jan, komm mal zu mir. Was sind wir denn jetzt? Was sind wir denn jetzt? Lexro, was geht? Aus Ägypten. Was machst du denn da Schönes? Unterhalb von Paris befindet sich ein weitläufiges Netzwerk aus Kanälen, alten Metrotunneln und Regiembunkern. Viele Untergrundbereiche liegen im Dunkeln, man braucht dort eine Taschenlampe. Du kannst deine Taschenlampe ausrüsten, bla 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 bla. Da ist eine Küste. Äh, Jan, die sind ein Gegner. Wir haben scheinbar ganz viele Aufgaben. Loll, haben wir kurz erschrocken? Oh. Alles klar! Warte doch. Fakt den Regime in der Botte. Was ist denn da unten? Ah. Ah, putz. Okay. Denn warum niederst du den nicht einfach um? Warum was? Warum hast du den nicht einfach umgenietet? Ach so. Aua, hinten mir. Aua, hinten. 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 Jan, wie machst du das immer? Wenn dein Hund fallen, dann ist es zu dir. Oh, hier kann ich was drücken. Drücken. Oh, lol. Eine der Giftmaschinen ist zerstört. Oh. Alter, hab ich mich erschrocken. Da. Hilfe. Aua. Jan, werf Granaten, werf Granaten, werf Granaten, werf Granaten, werf Granaten ab, wenn du hast. Wann wir das Ding jetzt kaputt gemacht haben. Hol mich schnell. Warte. Ja. Jetzt zieh mich grad einfach zurück. Okay, haben wir alles. Nice. Haben wir uns drum gekümmert. Easy. Jetzt scheint man wieder komplett nach oben, oder? Hier geht zurück zum Ausgang. Ah, hier waren wir eben. Okay. Hm, bin ich. Warte, ich öffne dir die Tür. Hä? Kilian. Nee. Ah, hier. Wow. Hier ist next. Mit Dieselkraftwerk öffnen? Ich habe kein Dieselkraftwerk dabei in meiner Hosentasche. Kann ja nicht jeder so krass sein wie du. Jan, helf? Ja, ich kann mal. und warte bis du kommst das war eine granade die explodet hier sind noch ein paar mehr nee Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, man. Schönes Lavas. Machen wir direkt beide kaputt. Keine Gegner? Loll, das ist aber auch gut gekippt. Oh, Loll, wir downen die an. Oder auch nicht. Oh, Bruder, Jan, Granaten, Granaten, Granaten. Ich hänge die ganze Zeit fest, ist das denn für eine dumme Scheiße? Ich bin wieder im Geschäft. Ich bin wieder im Geschäft. Das ist ein scheiß Müllsack, wo ich die ganze Zeit hängen geblieben. Kannst doch keinem erzählen, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, Problem gelöst. Ich würde sagen, verpissen wir uns doch mal, wa? Wir haben da draußen. Lass uns, was geht? Schön, dass du wieder da bist, man. Was du schönes gemacht hast. Das ist der gleiche Weg. So, dann haben wir nur zwei Wege nach unten. So, hilf mir bitte mal, hm? Hey, sie haben nicht ganz mitbekommen. Was geht denn ab? Kommst du in meinen Haushalt weiter? Äh, ne. Was steht denn noch an, Miri? Was fehlt denn noch? Es gibt Dinge im Haushalt, die mach ich gern. Es gibt Dinge, die mach ich gar nicht so gern. Und ich muss sagen, abspülen ist eine Sache, die ich irgendwie gern mag. Was? Ja, ich weiß nicht warum. Auch manchmal wollen wir lernen. Okay. Warte dann einfach mit meinem Bischof, und dann bist du mal zu Besuch gekommen. Bruder, gönn dir... Gönn dir einen Ding ins... Ab... Spülmaschine. Beste Leben. Ich hab zwei Jahre ohne Spülmaschine gelebt. Ey, das war doch Horror. Ich glaube, das ist ein Kommandant da oben. Hast du ihn gar nicht... Nee, hast du ihn angeschossen? Nee, hab ich nicht. Weil es war ein Schuss, während ich am Hochglieder war. Ich glaub, ich hab nichts für Schuss, und ich hab keine Acht aus dem Leben geworfen. Oh, leu, wie stark ist denn bitte die Wurfachse, Allah? Allah, die Acht ist ja fucking OP, Allah kostet ja gar nichts an Schützen. Jan? Ja? Oh, du hast halt nichts zu tun. Oh, da oben geht's rein, Jan. Oh, lol. Bin down. Wurde mal komplett noch ein Schlafen, mal Stopp sagen. Oh, nee. Oh, nee. Kommen wir irgendwie hier oben hoch. Jan, ich bin schon wieder down. Vor mir ist ein Schütze, direkt vor mir. Schwere Muni. Ach, du Kacki. Wer für eine Axt? Wer für ein Messer oder so? Ich bin down. Ist auch down. Warte, ich belebe mich wieder. Hey, du verdeckst du den Stil. Nein, wechselt gut. Fuck. Fuck of Allah. Das hat trotzdem gezählt, oder? Müssen wir jetzt nicht alles mal vorne fahren. Das geht auf jeden Fall nach oben, nur müssen wir hin. Nee, okay. Nee. Dann vergessen wir noch diese Fähigkeit haben, mit der ich meine Rüstung wieder verbessern kann. Oh, das ist ein Gegner. 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 Okay-Spiel. Ich hatte gerade ein FPS. Das macht krass. So, hier drin ist ein bisschen hier so ein Treppenhaus, glaube ich. Ja. Ah, kennt ihr? Das war die Fußsohle. Juck. Sag mal, der P, was geht mal? Schönes Reinschaus. Mit Dieselkraftwerk. Was ist denn ein fucking Dieselkraftwerk? Da ist ein fucking Altar da drin. Okay, ich sehe den rechten, du den linken. Oh, lol. Ich habe jetzt gar nicht realisiert, dass ich vor ihm stehe. Der Verstärkungstrupp wurde entsandt. Oder doch. Der war mein. Jan, kannst du? Dann was? Dann kann ich halt. Dann würde ich nicht. Dann würde ich nicht. Ja, aber er sagt, der Verstärkungstrupp wurde entsandt. Das ist ein Auge oder nicht? Oh, Gegner. Ich glaube, es kommen wieder Level 20 Gegner. Nee, hier geht's noch. Warte mal, ich gucke mal, ob ich eine neue Fähigkeit... Ja, ich hatte eine neue Fähigkeit. Äh, Charakter, Macht... Äh... Ach nee, kann ich mir erst mal zu tun für 20. Schade. Das war's, genau. ja irgendwo kommandant hoffentlich im here for the party